Ihnen steht Ihr Jobinterview kurz bevor? Kein Grund zur Panik! Ihr Gegenüber wird kein Monster sein, sondern eine Personalerin, die darauf wartet, dass Sie sie überzeugen. Jeden Tag laufen bei Ihr Bewerber ins Büro. Die meisten davon sind aufgeregt und nervös. Kein Grund zur Sorge also, für Sie ist das völlig normal. Natürlich hat sie aber Erwartungen an Sie. Zum Beispiel, dass Sie wissen, warum Sie die Stelle wollen, sich bestens über diese informiert haben, über das Unternehmen Bescheid wissen und mit Ihrer Persönlichkeit überzeugen. Eine Personalerin wird versuchen, auch hinter Ihre Maske zu schauen. Fangfragen sind keine bösen Fallen, sondern vielmehr eine Chance für Sie, authentisch und offen ein bisschen mehr über Ihre Persönlichkeit preiszugeben. Überzeugen Sie sie! Untertitelung des Zips